Ich bin Marco, ich bin 25 Jahre alt und habe Telematik studiert. Ich programmiere jetzt auch schon länger als ich Telematik studiere, also habe vor zehn Jahren etwa angefangen und bin jetzt fertig, fast fertig mit dem Studium, schreibe meine Masterarbeit und bin selbstständig bei Movinary, eine Videoplattform, wo man in drei einfachen Schritten auf seinen eigenen Bildern Videos machen kann. Die Selbstständigkeit im Studium unter einen hinzubringen ist natürlich eine Herausforderung, aber man wird auch von Wilderung gut unterstützt. Es gibt ja den Unternehmercampus, wo man immer wieder Beratung sich einhören kann und es ist auch gern gesehen sozusagen in der Telematik oder im Studium, dass man sich nicht mehr selbstständig macht, weil es einfach auch Erfahrung bringt. Telematik ist ja ein Informatikstudiengang und ein Studiengang, wo man auch Webtechnologien kennenlernen und so weiter. Movinary ist nun mal Webtechnologie in der Internetseite und da bin ich halt auch zuständig für und ich entwickle die Seite. Ich werde auf jeden Fall bei Movinary hoffentlich bleiben, Movinary groß machen und weiterentwickeln und dann die nächste Idee starten und weitermachen mit der Selbstständigkeit und immer wieder neue Ideen umsetzen.